Hey, Leute! Sehr willkommen zurück zu Danke-Kan-Cut-Rays-Free! Und hier geht's gleich los in einen Schlitten-Level, aber vorher muss ich hier nach unten zu dem ersten Bonus-Fass. Oui, oui. Basht Bettys. So. Einfach mit dem Partner killen. Das ist klasse. So. Ja. Hat's wir getan? Sorry. So, ja, weibsel. Jetzt geht's los, die geile Schlittenfahrt. Sie beginnt nun endlich. Yeah, 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 yeah. Wow. Bein Ei. Okay, hier muss man aufpassen. Man sollte nicht auf die Zweiteten-Kramlingst, j'synends fliegt man ins Loch. Ne, nicht auf den Marienkämpfen, sondern fliegt man nicht so in Abgrund. So. So. Der Schnee wird jetzt ein bisschen heftiger. Okay. Okay, okay, ich habe momentan... Oh, ich will das K. So, das habe ich ja verpasst am Anfang. So, Zentralfass, geschnappt, bam. So, okay. Okay, merke, ich darf nicht mehr blinzeln. Okay, Achtung, jetzt kommt, glaube ich, noch das Boots-Level. Ja, boah, geschafft. Sollte nur das Boots-Level bestehen. Ansonsten habe ich... Bin ich nicht gut, okay. Hier hoch, hier rundherum und noch mal hoch. Äh, äh, was war das? Äh, ja, ich... Lass mich mal killen, denn... Ne, ne, so, so geht's nicht. Ne, ne. Wenn schon, dann komplett. Jawohl, ich muss das komplett machen. Komplett anders kenne ich nichts, ja. So, stirb. Lebe. Stirb. Stirb. Lebe. Stirb doch, lebe. Okay, dang. Stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb zweimal. So, okay. Achtung. Geht hin. Wow. So, wieder geschafft. Okay, 50 Löckchen sammeln. So, bimlimlim. So. Ich weiß nicht, was vorhin war. Naja, egal. Glitch. Ich bin ein Glitcher. Ein Mies. Nein, nein, oh... Oh mein Gott. Ich... ...wäre bei einem Ziel noch mal richtig schlecht gefehlt. Aber naja. Geht ja. Puh. Okay, jetzt kommt ein nerviges Wasserfall-Level. Ich glaube, kaum einer, der dieses Spiel gespielt hat, hat dieses Level gemocht. Denn es ist... Doof. Wie ich. Okay. Ja, wie man sehen kann, sind diese Fässer, auf die müsste man eigentlich draufspannen und nicht verfehlen, so wie ich gerade. Damit man ein bisschen höher kommt. Und, naja. Jetzt ist es doch ziemlich einfach. Aber mit der Zeit... Ja, oder jetzt. Weißt du was? Es gibt einen einfacheren Trick hier. Ja. Oder auch nicht. Wow. So, nein. Wow. Dixie. Nein. Okay. Ey, was zum Teufel? Das ist so rutschig hier. So, jetzt geht's. Blöder Klepper. Hm. Beiß mal da drauf. Oh, oh, oh. Da. Oh. Oh. Was? Was ist denn der Shit? Ich hab ihn doch... Ich hab ihn doch... Ah, ist doch egal. Okay. Äh... Oh ne, es kommt der schlimmste Teil. Also einer der schlimmsten. Ah, verdammt. Hier braucht man echt extrem gutes Timing. Ansonsten... Ist man aufgeschmissen. Boah, geschafft, 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 geschafft. So. So. Jetzt hab ich wieder meinen Kitty. Kitty! So, und hier hinten ist ein Bonus-Level. Äh, wieso kommt hier kein Fass? Wieso hat da doch ein Fass kommen? Hä? Ich verstehe das nicht. Äh, wieso kommt da kein Fass? Da kommt ein Fass, auf das man springen muss? Ah, jetzt... Vielleicht war ich ein bisschen zu weit hinten. Keine Ahnung. Find a coin. Okay. Also ist auch ein bisschen schwer, finde ich. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Einfach nicht fehlen! Nein, nicht. Nicht. Nein. Nein. Die Zeit ist gegen mir. Ja, wo ist denn die Münze, bitteschön? Na, supi. Okay. Man darf nicht einen Fehler machen. Ja, was muss denn das Fass? Du verdammte Missgeburt. Oh, Entschuldigung. Warte ich... Naja, egal. Eben, wie gesagt. Ich hasse dieses Level mehr als alles andere auf der Welt. Nein! Nein, nein, nein. Jetzt hab ich wieder alles von vorne machen. Ja, wir sehen uns oben, Leute. Okay, jetzt ganz ruhig, Zorrolein. Gosh! Find a coin. Okay. Ganz ruhig. Ruhig, nicht abstürzen. So. Okay, jetzt einfach nur springen. Wieso springe ich nicht? Nichts! Ah, fuck, der Schabufft! Boah! Weißt du was? Diese Bonus-Mission schneide ich jetzt raus. Erstens, sag mal, es dauert wirklich zu lange. Zweitens, ich fehle nur. Sorry, ich schneide. Bis gleich. Leute, ich könnt heulen. Ich könnt heulen. Ich hab nur zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten, was passiert echt? Vor dem Ziel rutsche ich ab. Und was passiert wohl? Natürlich. Keine Zeit mehr. Und tschüss. Das ist so ein... ...bedammt schwieriges Level, das ich einfach hasse. Und ich habe keinen Bock, auf den Fass zu warten. Und so werfe ich einfach mal Dixi hoch. Ja, toll. Ja. Ja. Okay. Na, süppi. Ihr wollt mich echt ärgern, oder? Rare Nintendo... ...SW2 nett, aber... ...nicht so, wie ich es will. Nein, 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 nein. Nein. Nein, so darf's nicht sein. Nein, 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 nein. Mann. Ich will in diesem Part nicht nur zwei Level vollbringen. Ich will mehr. So. Mehr als nur zwei. Ja, jetzt geht's natürlich mit Kitty mit dem Dicken. Naja, egal. Ich bin jetzt ein bisschen... Nein, 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 nein! Nein! Ich bin kurz... ...vor einem Nervenzusammenbruch. Was? Okay, ich bin vor... ...ich bin... ...ich bin... ...ich bin jetzt gleich bei einem Nervenzusammenbruch, denn... ...ich will dieses Level doch nur vollenden. ...den... ...den... ... ... ... ... ... ... Ja, super. Und ich muss jetzt noch hoch, oder? Verdammt. Okay, ich warte nochmal. Ey, was? Komm... So, äh, ja, super, meine Belohnung. Wenn ihr mir jetzt sagt, dass die Belohnung ein... Wo ist hier die Decay-Münze? Okay, Leute. Moment mal, war sie nicht am Anfang? Ich... ich glaub... Nein, oder? Ja, super. Okay, Leute, ich such mal die Decay-Münze bis gleich. Okay, Leute, ich hab sie gefunden und zwar ist sie hier versteckt. Ziemlich gemein versteckt, muss man noch sagen. Also wenn man kein Insider ist, dann kommt man echt nicht drauf. Auf den Augenblick bin ich ja nicht. Ja, los. Ja, kommt mal ein Fass. Ich mach auch ein Fass, Taxi. Zack, pusch. So, jetzt hier hochkatapultieren. Geht am einfachsten. Jetzt einfach hier. So. Jetzt dürfen wir ein bisschen... ... gradeln. Und zwar jetzt aufs Fass springen. Weeeeee. So. Jetzt abspringen wir jetzt schnell hinter den Decay-Typen. So, und wir sehen uns im nächsten Level. Bis gleich. Okay, Leute, ich hab hier noch was vergessen. Und zwar ist hier oben noch ein... Äh, beim Kahn ist hier oben noch ein Bumus-Fass. Also, dass ich natürlich noch unbedingt rein muss, in welches ich nicht reinkomme. Also, ich hab hier noch ein Bumus-Fass. Okay, jetzt sollte es einfacher sein. Ach, geschafft. Hui. 15 Bananen abgreifen. Okay. Oh, nein. Aber ich geb' hier nicht auf, denn das will ich doch schaffe. Na! Hm. Okay, ich schneid' mal wieder, denn ich werd' hier ewig Versuche brauchen bis gleich. Ja! Ich hab's geschafft. Nach der K13 Versuchen. Oh, raus aus diesem Level. So. Crackshot Croc. Okay. Das schaff' ich noch. Vier Minuten. Das schaff' ich. Nicht. Oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe, aber... Ich geb' mein Bestes. Das wird jetzt verfolglich sein. Wenn dieses... ...sicht auflädt und rot wird, dann schießt es einen Feuerball auf euch. Zum Glück macht der Feuerball eure Netze nicht kaputt. Und hier ist... rosa... rosa... ...lava. Okay. Los, spring! So. 15 bitte an... schnappen. Es sind immer so netze Spinnen. Nein, 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 nein. Ach, schau dir, nicht erwisch. So. Sind ja nur noch 7. 4, 3, 2. 1 geschafft, so. Geschafft! Das ist so schuss wie dieses Level. Generell... Pink ist immer. Komm, sterb, 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 sterb. Ich hab nicht viel Zeit. Und ich muss sagen, dieses Feuerball-Ding ist echt ein Wurf tötend. Ich mach mir jetzt nicht die Mühe, nur wenn mir das O. Denn ich will dieses Level so schnell wie möglich vorbei haben. So, in der Mitte... Hier müsst ihr aufpassen, da unten ist auch... Ja, diese Lava! Oh, Mann! Ach, jump jetzt einfach. So, sterb, du. Du auch. Verdammt! Mann! Irgendwie... ... ging mein Joypad so schlecht heute! Du bist gar nichts Schlimmes passiert hier mit dem Joypad! So, sterb! Ach, Partner! Spring! Spring! Aller töten! Alle töten! Alle töten, alle töten... Man! Ist das so pee? Wissens sag ich- Mach ja Leute! Ich fluche nicht! Ist das so- Ich versuche nicht zu fluchen. Aber ich... Mann! Mann, wieso läuft der immer nach rechts? Egal was ich drücke, immer wenn ich nach links drücke, zieht das automatisch noch ein bisschen weiter nach links. Warte! So, im Bonuslevel angekommen. Hier muss man einfach die Gegner killen. Ja, komm, laden wir ein bisschen schneller. Mann, wieso verziehst du immer so? Das ist das Schwierigste Teil. Wobei man das ewig lange zum Nachladen braucht. Mann! So, verreck. So. So, geschafft. Ja. Gut, ich mach hier mal nen Halt und sag bis zum nächsten Mal. Cheerio.